Danke, Onshou. Ich hatte doch gesagt, ihr sollt mir nicht folgen, Mo. Ja, doch, wie wir es auch drehen und wenden. Dieser Rixsel erreicht den Gipfel auf jeden Fall zuerst. Die Winde tragen uns einfach nicht schnell genug. Nicht schwächeln, wir sind doch fast da. Na toll, Gurga, wie es aussieht, sind wir wieder mal müde. Warum machst du denn nicht gleich ein Nickerchen? Dieses Drachenvolk weiß nie, wann man einen Scherz macht. Und Sie wissen anscheinend nicht, wann ein Drache erschöpft ist. Dass ich nicht lache, sie ist faul, das ist alles. Lassen Sie sie schlafen, diese Elfen haben längst aufgegeben. Fürs Erste können sie uns nicht mehr gefährlich werden. Sie haben angehalten, wir können es immer noch schaffen. Okay, wir sind wieder im Rennen, schätze ich wenigstens. Nein, warte, Mo. Wir müssen erstmal darüber nachdenken. Du denkst nach? Ich fliege. Was sagt denn das Orakel? Nutze den Wind. Aber was bedeutet das? Eben haben wir versucht, den Wind die Arbeit für uns machen zu lassen. Wie können wir mit dem Wind arbeiten? Das ist die Frage. Seht euch das an. Ja, diese Winde hier, das sind Windkreise. Ja, darauf habe ich noch nie geachtet. Was, wenn wir... Genau das tun. Habt ihr das gesehen? Yuko, das ist der Wahnsinn. Wuii! Na los, traut euch! Wow! Oh yeah! Man muss dieses Orakel einfach lieben. Gut, na dann los. Und wir bleiben zusammen, ja? Entweder wir machen es zusammen... ...oder wir machen es gar nicht. Ich hab schon wieder deinen Satz beendet. Verbringen wir zu viel Zeit miteinander? Ihr beide passt so gut zusammen, wisst ihr das? Los geht's! Was ist denn jetzt schon wieder, du brabbelnder Einfallspinsel? Herrje! Hey! Aufgewacht, du Trankhüte! Wir müssen weiter aufwachen, hab ich gesagt! Komm schon, Gurga, klettere! Los! Yeeha!